So Leute, nachdem wir das letzte Mal in Cyberpunk 2077 geschaut haben, wie sich das Game so an sich entwickelt hat, gucken wir uns heute mal Battlefield 2042 im Jahr 2024 an, zur Feier sozusagen, zur Season 7, und dann gehen wir mal rein. Ich starte mit einem Doppelkill, wohl. Aim ist nicht on point, ist auch meine erste Runde heute. Uiuiui. Was ist denn hier los, ey? Ich weiß ja, dass hier richtig was los ist, aber ja. Ah, da liegen natürlich wieder welche. Die hoch angepriesene Zerstörung ist ja auch da vorzufinden. Gut. Der schießt mir gerade so einen ab hier. Versorgung für euch alle hier. Ich dachte, ich... Hallo? Dieses Game, ich sag mal, ist mein Internet gerade? Ist mein Internet, okay. Okay, der Punkt ist hier irgendwie schwieriger zu erreichen, ich dachte. Da war auf jeden Fall einer. Guck ich mal, was ich mit mal Vector anfangen kann hier. Früher war es mein Lieblingswaffe. Ich weiß nicht mal, wie die aber ist so. Das kann nicht sein. Ey, von hinten auch noch, ey. Wir den Typen noch irgendwo irgendwo zu heilen, ey. So, jetzt aber. Ja klar, der Sundance macht das, macht dein Ding. Ich hole dich an, ne? Wenn das okay für dich ist, so. Gut. Die Sundance, das zweite Mal. Boah, wie ich da gerade verzogen habe, ey. Was? Das kann nicht sein. Ich wollte gerade sagen, ey. Und jetzt keine geht. Oh, aber jetzt haben wir es endlich. Ui. Ah ne, 17-3, geht ja, ne? Auf Entfernung ist die auch noch so gut, die Waffe, ne? Ich lauf da noch rein. Und die lauft von mir weg. Was hat sie denn hier getan, okay. Die Zahl wurde immer noch nicht eingenommen. Jetzt bin ich auch noch in den Haushalt gefallen. Ah, die ist perfekt, ne? Leider, okay. Hier wird wohl irgendwo jemand sein, ne? Was hab ich jetzt gemacht? Äh. Das ist ja auch interessant. Hab ich auch noch nicht gesehen. So, jetzt ne Runde auf Flashpoint. Und als hätt ich es geplant, verteilen wir hier heute. Oh. Fast 300 Meter, wie schön. Das ist aber lustig. Ja, guck mal. Jetzt hast du keine 50 XP bekommen, Kollege, ne? Oh. Oh. Der war auch wieder so schön. Ich wacke mir das ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte ich auch nicht auf dem Punkt stehen. Das ist vielleicht eine Idee. Was war das denn da gerade, was durch die Gegend geflogen ist? Haben nur ich das gesehen. Macht man wohl nichts, ne? Oh. Das war nur zwei Schüsse, aber trotzdem. Schade. Gleich klatscht. Das heißt er einfach. Kann mich jetzt bitte mal jemand von meinem Leiter lösen? Danke sehr. Natürlich ist er ein Panzer. Natürlich kommt hier ne Granate rein. Ah. Dadurch kann ich schießen. Dadurch kann ich schießen. Hallöchen. Ich weiß, wo man sich hin zu sneaken könnte. Oder wo der gerade herkommt. Und der. Und er hier. Und sein Freund natürlich auch noch. Das war knapp. Das war wirklich scheiße knapp. RM68 war doch gut, oder? So, ich hab mir jetzt nochmal gedacht, machen wir nochmal ne Runde auf der neuen Map. Also was ist das neue Map? Die ist jetzt auch schon 5 Monate alt. Fast ein halbes Jahr. Und sich einfach ne EP fahren wollen, wenn man lila ist hier. Ja gut, die haben uns da schnell ein A1 eingenommen. Schade. Ich glaub, irgendwo gab es hier ne Tunnelsystem oder nicht? Ja, da wo der herkam und wo der auch herkam. Ich weiß noch nicht, wo der Leck herkam. Aber er war auf jeden Fall da. Nein. Schauen, das ist. Perfekt. Lass man sich schon sperren, so. Jetzt aber. Ich glaube, da ist keiner mehr. Nee, ne. Das war geil. Wenn ich jetzt nur 2 bekommen habe. 3 wären nämlich cooler gewesen, so. Wo sind die denn alle Herren? Da war einer. Da war einer. Da war einer. Da war auch einer. Okay, der ist tot. Schade. Nein, wo? Mann. Hier wird man, glaub ich, immer gehealt. Vor allem. Muss man gar nicht immer auf Tod drücken. Ich dachte gerade, der Typ wäre, der Stator wäre ein Typ. Ne, ne, was? Okay, zurückziehen. Ist nicht jetzt schon das letzte? Ne, ne, okay. Ah, die kennt man nicht. Vielleicht kriege ich aber. Hier hoch. Ist ja ekelhaft, der Spot hier oben. Können auch dann einfach nichts machen. Weil wir sehen als erstes die Füße von denen, so. Wenn die mal kommen würden. Okay. Genug gecampt da. Ich hab, glaub ich, doch nicht genug gecampt. Ich muss ein paar XP-Punkte abholen. Ey, das kann nicht wahr sein. Und da war ein Healer. Der läuft aber von mir weg. Cool. Der rennt einfach schon ins andere Gebiet rein. Bro. Das kann man doch nicht. Kann doch nicht ernst mein, der Typ. Ah. Cool, wo bin ich denn hier gespawnt? So, einmal anschließend den Typ. Weil der mich nicht hielt. Hier oben war ich auch noch nie. Hört auf. Ich hab hier, glaub ich, immer noch angegriffen. Bei dem, äh, bei der Map. Okay, cool. Zerstörung und so, ne? Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ah, ja. Also insgesamt hat sich das Game gut gewirkelt. Besser als Cyberpunk, finde ich auch irgendwie. Weil Cyberpunk hatte schon mehr Grundgerüst als das Game auf jeden Fall. Aber beide Games eigentlich ganz gut. Ich freu mich auf 7.7. Vielleicht kommt auch was dazu. Sehen wir dann vielleicht. Vielleicht sieht auch der Trailer schon draußen. Ich weiß ja nicht. In dem Fall, danke schön. Und ciao. Leute.